Ich bin Friedrike Fox und mache bei ROSEN meine Ausbildung zur Industriekauffrau. Während meiner Ausbildung durchlaufe ich viele kaufmännische Abteilungen, wie zum Beispiel Personal, Einkauf oder Buchhaltung, aber ich lerne auch die Fertigungen kennen, so dass ich die Arbeitsabläufe besser verstehen kann. Ich habe mich für ROSEN entschieden, weil es ein international tätiges Familienunternehmen ist, wo man während seiner Ausbildung viele verschiedene Abteilungen und Prozesse kennenlernen kann.